Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte mit euch heute wieder eine Strategieaufgabe machen. Wie immer aus dem hervorragenden Buch Mastering Chess Strategy von Johann Helsten. Und das Thema lautet Weiß am Zug, sage den ersten Zug und finde einen Plan. Und wie immer würde ich euch ganz stark ans Herz legen, das Video anzuhalten und das zu tun. Vielleicht sogar ein Brett aufzubauen. Das ist sogar immer noch das Beste, weil ihr noch mental aktiver seid und euch ein bisschen vom Video und Bildschirm trennt und euch wirklich noch mehr mit der Stellung beschäftigt. Aber zumindest, dass ihr jetzt das Video anhaltet und genau das macht. Macht euch Gedanken über die Stellung. Was ist los? Worum geht's? Was sind Themen? Was fällt euch auf? Und findet einen weißen Zug und einen Plan. Weil ich werde das jetzt auch machen und dann seid ihr nicht mehr frei in euren Gedanken, wenn ihr das erst danach macht. Deswegen macht das jetzt. Also, ich gucke nochmal ganz kurz in diese Stellung rein, ob ich die richtig aufgebaut habe. Ich zähle erstmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6. Da geht es nämlich schon los. Es fehlt ein Bauer. So, Leute. Wer auch immer jetzt die Stellungsanalyse gemacht hat, kann das Ganze jetzt nochmal tun. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, weil es hat den Mehrbauern. Jetzt ändert sich natürlich die Stellung deutlich. Deswegen ist es immer gut nachzuzählen. Schritt 1, immer nachzählen. Wie viel Material. Insbesondere, wenn Material unausgeglichen ist, dann ist das typischerweise ein Zeichen dafür, dass man es vergessen hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 Springer, 2 Springer, 2 Läufer. Das heißt, das Brett ist fast voll. Es wurde nur ein Bauernpaar getauscht. Und dementsprechend, die Stellung sieht auch sehr geschlossen aus. Das Zentrum ist sehr geschlossen hier. Es gibt wenig offene Linien und offene Diagonalen. Was fällt auf? Weiß hat diesen Springer hier, der ganz nett steht, hier auf E4. Ein gutes Feld. Allerdings ist er natürlich auch angegriffen von dem und wird möglicherweise befragt. Weiß ist mit G4, muss man gucken, dass er sich nicht irgendwann mal ein bisschen dolle geschwächt hat, aber kann natürlich auch nützlich sein, weil er zum Beispiel dieses Feld F5 nimmt. Wenn ich mich jetzt so umgucke, einfach, ich gucke jetzt einfach nur so zufällig rum und mir fällt zum Beispiel dieser Springer auf. Dieser Springer ist eine richtige Gurke. Das ist ganz typisch. Ein Roch, ähm, ein 4-in-Chetto-Springer ist meistens ein ganz schlechter Springer. Und deswegen ist F5, äh, der Bauer hier so gut, weil er dem Springer die Felder nimmt und schaut mal, der hat, selbst, wo soll der hin? Ja, selbst wenn ich den F5, also Dark, das ist vielleicht sein bestes Ziel, was er jemals hat. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die man achten kann. Und das würde ich euch immer empfehlen. Guckt mal nach guten und schlechten Figuren und es gibt einen Unterschied. Manche Figuren sind kurzfristig schlecht, die stehen halt jetzt gerade schlecht, aber man kann sie aktivieren. Es gibt aber Figuren, die sind langfristig schlecht. Und langfristig schlechte Figuren sind auf jeden Fall ein klarer Nachteil. Das heißt, hier würde ich nun mal weiser sagen, ich würde gerne darauf achten, dass dieser Springer auch möglichst schlecht bleibt. Und Schwarz kann natürlich probieren, ähm, diesen Springer irgendwie ins Spiel zu bringen. Deswegen sollte Weiß meiner Meinung nach nicht den spielen, weil das würde einfach diesem Springer dieses Feld geben. Auch wenn ganz kurz dieser Springer angegriffen ist, aber, ähm, das ist nur kurzfristig. Ja, und dafür würde man ein langfristiges Problem der Schwarzen lösen. Das möchte ich nicht. So, was ist mit... Schwarz hat diesen Läufer, der tendenziell auch ein bisschen passiv und schlecht ist. Meine Läufer als Weißer sind, glaube ich, ganz in Ordnung. Allgemein hat Weiß einfach ein bisschen mehr Raum und die weißen Figuren, finde ich, stehen alle ein bisschen aktiver. Hier am Damenflügel wird nichts mehr passieren. Schwarz kann den nicht spielen, Weiß kann den nicht spielen. Da sind die Hebel weg. Ähm, das heißt, da wird nichts passieren. Hier im Zentrum auch nicht, weil das geschlossen ist. Das heißt, das Spiel wird hier irgendwo stattfinden. In diesen Linien, das heißt, tendenziell am Königsflügel. Was haben wir für aktive Züge? Wir haben noch einen Hebel. In geschlossenen Stellungen macht es auch immer Sinn, nach Hebeln zu gucken. F4 ist ein Hebel. Der würde natürlich hier die F-Linie öffnen und die E-Linie öffnen, was finde ich erstmal durchaus interessant aussieht. Ein sinnvoller Zug für mich, meistens in so einer Stellung, bevor ich sowas tue, ist einmal den Torm in die Mitte bringt, um schon mal bereit zu sein für diese Öffnung. Aber F4 ist auf jeden Fall ein Thema dieser Stellung und das, ja, sieht für mich nach dem aktivsten Zug aus, den man hat. Es ist ganz typisch, in geschlossenen Stellungen sollte man nach Hebeln Ausschau halten. Ein anderer Hebel ist der, aber was wollen, also das wird nicht funktionieren mit dem schwachen G4, aber das war es auch schon fast mit unseren Hebeln, die wir haben. Deswegen F4, finde ich, sieht nach einem guten Hebel aus. Die Frage ist, ob wir den noch sinnvoll vorbereiten können und ich denke, wie gesagt, der einzige sinnvolle Zug, den ich noch sehe, ist der, noch den letzten Turm aktivieren. Sonst stehen die Figuren ja durchaus vernünftig und deswegen würde ich mir jetzt Gedanken über F4 machen. Die Idee ist natürlich auch zum Beispiel, dass wenn dieser Bauer weg ist, wie ich ihn ursprünglich nicht mal aufgebaut habe, dann gehen hier neue Möglichkeiten auf. Diese Linien, und dann gehen, wie gesagt, auch diese Linien auf. Und Schwarz ist ja noch nicht so richtig entwickelt. Und der, seinen Läufer kann der, ja, er kann den Hirn ziehen, seine Dame hier, aber seine Figuren bleiben alle ein bisschen passiv und er hat es nicht so einfach, sich in diesen Linien dagegen zu stellen, wenn die sich öffnen. Und nach F4 muss er ja fast tauschen, weil diesen E5 kann er ja ganz schlecht decken. Der ist ja schon doppelt angegriffen. Das heißt, er wird tauschen müssen. Dann können wir uns auch überlegen, wie wir wieder nehmen. Der Läufer kann natürlich wieder nehmen, aber vielleicht auch der Springer mit der Idee, dass dieser Springer dann mal Richtung diesem Feld kann. Oder der Läufer nimmt wieder mit der Idee, gegen diesen schwachen D6 dann auch ein bisschen zu spielen. Also das würde mir durchaus sehr gut gefallen. Der Plan F hier. Und, ja, ich denke, es macht Sinn, den vorher noch zu spielen. Vielleicht kann man den auch hinterher, vielleicht ist er jetzt tatsächlich auch nicht so entscheidend. Vielleicht kann man den auch hinterher spielen. Die Frage ist, kann Schwarz das, was macht Schwarz? Hat Schwarz irgendeinen sinnvollen Zug, wenn ich jetzt erstmal das vorbereite? Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Sehe ich ehrlich gesagt nicht, was er sind. Den Springer kann er, wie gesagt, nicht aktivieren. Die Frage ist, ob er sich sowas trauen kann wie H5. H5 sieht ein bisschen wild aus. Die Idee ist aber ganz klar, diesen G4 aus dem Weg zu räumen. Und G4 weiß hat sich auch ein bisschen geschwächt. Also ich denke, man kann sich das vielleicht erlauben, H5. Das heißt, wenn ich jetzt den spiele, ist die Frage, ob man auch Schwarz so einen erlauben kann. Oder ihnen das... Ja, der G6 wird geschwächt, aber den kann man nicht so einfach angreifen. Und wenn man den jetzt nimmt, ist auch die Frage, wie man den wieder nimmt. Aber vielleicht zum Beispiel mit dem Springer. Und dieser Springer kriegt jetzt neue Ideen. Jetzt werde ich hier aktiv. Die F-Linie, die H-Linie geht auf. Die G-Linie, der weiße König steht auf einmal so ein bisschen wackelig. Bin ich mir nicht sicher. Das sieht so aus, es könnte Schwarz so ein bisschen Gegenspiel geben. Und wenn man jetzt aber F3 spielen muss nach H5, das will man ja eigentlich nicht. Oder ich wollte das nicht, weil ich ja eigentlich F4 spielen wollte. Man könnte natürlich jetzt nach H5 überlegen, den zu spielen, aber dann fällt zum Beispiel hier auch schon der H3 und so. Das sieht nicht gut aus. Also H5 ist durchaus ein Entzug, der finde ich es wert ist, darüber nachgedacht zu werden. Und deswegen macht es vielleicht doch Sinn, gleich F4 zu spielen. Weil wenn er jetzt zum Beispiel hier nimmt, und man zum Beispiel mit dem Springer wieder nimmt, dann geht halt H5 gar nicht, weil man Springer G6 hat. So, und als nächstes dann den zu spielen. Und den Springer wird ja auch schlecht los. Der steht da sehr gut. Finde ich auch. Der kann auch vielleicht mal nach da. Das wäre durchaus ein Argument, gleich F4 zu spielen. Dass H5 eine Idee sein könnte. Und aus diesen Überlegungen heraus würde ich jetzt F4 ganz klar favorisieren. Die Aufgabe lautet ja auch, man sollte seinen ersten Zug und einen Plan machen. Ja, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig tatsächlich, den Plan zu machen. Weil je nachdem, wie es sich dann entwickelt. Aber ich sage mal, nach dem würde ich versuchen, noch die Türme in die Mitte zu stellen. Und dann vielleicht noch irgendwie diesen Läufer. Gern würde ich später nochmal diesen Läufer auf diese Diagonale bringen irgendwie. Die Läufer nochmal aktivieren. Und dann muss man ja ein bisschen gucken, wie es vielleicht auch dieses Feld mal besetzen. Aber das sind ja eher so grobe Ideen. So einen ganz klaren Plan kann ich dann gar nicht vorgeben, weil F4 durch diese Stellungsöffnung natürlich das Stellungsbild ein bisschen ändert und einfach zu konkreteren Dingen führt. Ja, wenn ihr natürlich einen Plan haben wollen, kann das sein, dass es vielleicht doch was anderes wird. Dass das Buch was anderes, eine andere Lösung sehen möchte. Ich habe gerade noch eine Idee. Das sehe ich jetzt erst. Es gibt ja auch eine taktische Idee. Es gibt hier eine taktische Idee. Es gibt hier eine taktische Idee, dass man irgendwie, sagen wir mal, sowas macht. Dass man irgendwie diesen Läufer zurückgewinnt. Das wäre mal eine taktische Idee, die man vielleicht hat. Da muss man aber genau berechnen, weil der halt auch kommt. Das sieht, dass sie, vielleicht macht es deswegen Sinn, mit dem Springer zu, naja, so nach dem habe ich den, habe ich den aber gar nicht mehr, weil der ja gar nicht angegriffen ist. Macht das. Man könnte natürlich, das kann man das irgendwie andersrum, erst da nehmen, dann G5 spielen und jetzt da irgendwo nehmen. Macht das irgendwie, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert jetzt, ich versuche nur mal irgendwie diese Taktik, aber das geht nicht. Da hängt der D6. So richtig kriege ich diese Taktik nicht ins Laufen. Ich müsste, wenn, der Springer, den brauche ich für diese Taktik, weil der ja D6 angreift. Eine andere Idee ist, dann einfach, das einfach so zu machen, sagen wir, so und zu behaupten, ich habe jetzt eine Figur geopfert für, ja was denn, zwei Bauern. Dafür habe ich jetzt hier zwei verbundene Freibauern. Wäre mir zu riskant, sage ich ganz ehrlich, wäre mir zu riskant, sehe ich nicht ganz, was ich dafür bekomme. Da spiele ich gegen eine schwarze Läuferpaar mit meinem offenen König, habe Material weniger, finde ich nicht überzeugend persönlich. Und deswegen bleibe ich dabei. Mein Plan ist hier F4 und ich bin mal gespannt, was Buch und Computer sagen. Ob ich hier vielleicht ganz andere Dinge tun soll. So, da ist die Computerlösung. Ihr könnt euch die schon mal anschauen. Ich gucke mal rein, 145, gucke mal, was das Buch sagt und dann bin ich mal gespannt, auf welchem Weg ich unterwegs bin. Springer G3. Ja, und das ist natürlich jetzt zum Beispiel ein Punkt, den ich überhaupt nicht beachtet habe. Er sagt das Buch sofort, avoiding peace exchanges. Das heißt, Tausch vermeiden, weil man steht hier irgendwie, der Gegner hat ja kaum Platz, sich zu rühren und man vermeidet einfach den Figurentausch. Ich habe ja immer, das hat mich immer so ein bisschen genervt, dieser Tausch. Man vermeidet es einfach und fragt Schwarz, was machst du hier eigentlich in dieser Stellung? Und der Computer will halt schon opfern auf G4. Das ist, wir können ja mal gucken, wie die Partie jetzt weiterlief. Es kam Springer D7. Jetzt kommt Läufer H6. Läufer H4. Nervt ein bisschen, weil dann R4 nicht mehr so richtig geht. Der ist, glaube ich, ganz gut. Jetzt geht der Springer wieder zurück. Springer E4. Jetzt kommt der und jetzt spielt der R4. Na gut, er hat so ein bisschen hin und her gezogen noch, aber scheint so, dass es jetzt irgendwie besser ist, weil der Springer noch gefesselt ist. So, jetzt kommt der und der. Springer F4. König G8 kommt. Turm F3. Ich will jetzt gar nicht die Partie, nur, dass wir ungefähr sehen, wie es so läuft. So, Turm A, E1 kommt. Moment. Turm A, F1 kommt. Interessant. Turm A, also der Computer sagt, der wäre jetzt gut. Stattdessen wurde der gespielt. Turm A, F1 und auf den kommt der, der und jetzt ein sehr hübsch Springer H5 mit Matt irgendwie. So, Turm F7. König nach da und da mal H6. Das ist natürlich dann ein hübsches Matt irgendwie am Ende. Ich will jetzt gar nicht genau auf die ganzen, da könnt ihr, wenn ihr wollt, ein bisschen mehr reinschauen in diese Taktiken. Aber, so tendenziell, der Verlauf war natürlich schon so wie was man mit F hier vorhat. Ja, wir können ja mal gucken, was ist das, warum nicht gleich F4? Dann kommt der und der und der und der und dann läuft der D7 und dann sagt der Computer aber auch, man steht hier einfach super, man steht hier einfach super, plus 3. Und, wenn man jetzt mal guckt, von der Bewertung her, ja, Springer G3, der Computer bevorzugt sogar erst tauschen und dann F4 spielen, aber es ist plus 3 und wenn wir gleich F4 spielen, ist es auch gut. Ja, und das mir geht, das Entscheidende jetzt ist, dass, ähm, bei der Bewertung, dass ihr, ähm, ein bisschen guckt, ähm, macht euer Plan Sinn? Was sagt der Computer? Wenn, äh, es gibt, und was kann insbesondere der Gegner machen? Was habt ihr übersehen? Und ich finde hier, ähm, das sieht gut aus, F4. Ja, es ist jetzt nicht so, ja, der, pff, den kann man auch spielen, aber es ist jetzt von der Bewertung auch gar nicht klarer. Was ich nochmal spielen, was ich nochmal sehen will, aber stattdessen sind das die anderen Ideen, die ich hatte. Zum Beispiel der hier. Wie ist es jetzt? Macht H5 Sinn? Ich will das mal sehen. Oh, er will trotzdem den spielen. Wow. Was, wenn dann hier genommen wird? Dann will er da nehmen. Oh, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Jetzt wird da getauscht und, pff, da genommen und dann E6. Oh, wow, wow. Okay, H5 geht. Da kann man trotzdem F4 gegenspielen. Das heißt, man kann durchaus auf den spielen. Schaut mal, die Stellung ist, aber dann sagt er, okay, er sagt jetzt hier tauschen und dann Läufer H4 spielen. Das ist natürlich ein Trick. Er verhindert jetzt F4 durch diese Fesslung. Trotzdem will der Computer, er sagt immer noch F4, um auf den, man soll sogar die Qualität opfern. So stark ist F4. Und auf den könnte man natürlich dann den Turm wieder wegziehen. Dann spielt er einfach B6, dann kommt F4 und sagt jetzt aber, so ist es jetzt nicht mehr ganz so schlimm nach dem Tausch auf E4. Es ist tatsächlich wieder so eine Tempo-Geschichte, dass er sagt, es ist schon wichtig, jetzt F4 zu spielen. Also, Fazit dieser Stellung. Auch eurer Fazit. F4 ist ein ganz zentraler Zug. Den müsst ihr einfach auf dem Schirm haben. Wenn ihr hier F4 nicht spielt, dann kommt ihr als weißer nicht weiter. F4 müsst ihr sehen. Und zum Beispiel jetzt mal als Beispiel, wie schlecht G5 ist. Schaut mal. Dann stellt auch Material ein, aber auch so ist G5 einfach, dass man diese Dinge erkannt hat. Dass G5 nie eine Idee ist, dass man diesen Springer, schlechten Springer hat und dass es am Ende um die Stellung der Öffnung, äh, die Stellung der Öffnung, die Öffnung der Stellung geht. Es geht nicht immer um, konkrete Varianten sind ein Teil, aber wichtiger für euch ist es, dass ihr die Themen der Stellung erkennt. Ihr müsst die Themen erkennen, worum geht es und die potenziellen Züge. Man kann Dinge falsch einschätzen, okay, das passiert, das macht jeder Schachspieler. Und dafür sind diese Aufgaben da, dass man vielleicht lernt, sie besser einzuschätzen. Aber, wenn ihr jetzt gedacht habt, der Plan besteht darin, einen Springer nach da zu bringen, ja, dann seid ihr völlig auf einem falschen Schiff. Was soll ein Springer da? Der steht da erstmal gut, aber ist ein schwach, ist tendenziell ein schwaches Feld, ja, aber dieses Feld hat, spielt einfach keine Rolle in dieser Stellung, weil da gibt es nichts zu holen. Und deswegen, wenn ihr nicht F4 auf dem Schirm hattet, dann solltet ihr euch mit geschlossenen Stellungen beschäftigen und euch einfach mitnehmen, Hebel, in geschlossenen Stellungen immer nach Hebeln schauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Schreibt gerne in eure Kommentare, wie ihr die Stellung bewertet habt. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.